Ich baue neue Minecraft Strukturen, Part 2. Heute wollte ich eine Ruine bauen. Zuerst habe ich dazu eine Mauer und einen Turm, der sehr alt ausschaut, gebaut. Anschließend habe ich den Boden noch etwas verbessert und noch ein paar Pflanzen hingebaut. Und so schaut es am Ende aus, bewertet es doch mal von 1 bis 10.